Hallo und herzlich willkommen zurück zu eurem Feuerstache und Let's Play Nack auf der PS4. Wir sind gerade dabei, in die Kobold-Festung einzudringen und unsere Kumpanen zu retten. Aber leider schmilzt das Eis hier nach einer Minute weg, weswegen wir uns hier schleunigst beeilen sollten, während wir hier andere Kobolde platt machen müssen. Das sind die ganz schön geplättet, was? Aber ich würde sagen, das dürfte kein großartiges Problem sein für uns, denn wie gewohnt sind wir top in Form. Du kannst mir nix, Kleiner. Okay, du kannst mir doch was. Aber nur ein bisschen, ganz kleines bisschen, ganz kleines bisschen. Nicht allzu viel, wirklich, wirklich, das ist fast gar nix. Ja, okay, machen wir erstmal die rechte Seite. Und schauen, was wir hier so finden. Ich meine, die hier sind ja noch einfach, aber der große, dicke da, der ist dann schon eine andere Sache. Ja, ich denke, das stimmt mir jeder zu, gell? Und schon liegt er. Erste Schloss, entriegelt. Ja, komm, als ob das jetzt so eine große Sache wäre. Jetzt sind wir das in der Mitte. Und das rechts dann nach. Nach dem hier. Aber zuerst mal die goldene Mitte. Die goldene Mitte. Mama Mia. Was geht denn hier ab? Kann ich mit auf die Party? Oh, das freut mich jetzt aber. Das freut mich jetzt aber. Ja, okay, das freut mich. Leute, reiß die zusammen, Mann. Reiß die zusammen. Du schmilzt, Alter. Beeil dich. Ja, okay, die sind jetzt schon weg. Und der ist auch weg. Ja, okay, wenn wir das so machen, dann läuft das irgendwie doch einfacher als gedacht. Und, zweite Tor, entriegelt. Jetzt müssen wir nur noch das in der Mitte entriegeln. Nur noch, als ob es jetzt so schwer wäre. Ich hab's gesehen, kleiner Mann. Ich seh's doch, kleiner Mann. Musst du mir nicht sagen. Oh, das schaffen wir jetzt auch noch ohne Probleme, Leute. Ohne Probleme. So. Digga. Komm mal her. Ich hab was mit dir zu klären. Boom. Ein Move und du liegst. Und das Tor ist freigegeben. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll war, dass wir jetzt das hier genommen haben und nicht das andere Tor. Aber jeden das Seine, ne? Sie bewachen das Gebäude. Ob sie dort die Relikte lagern und das ganze andere gestohlene Zeug? Tja, ich hoffe es. Bisher war ja nicht viel zu holen. Wir sehen uns dann dort. Du musst wohl den langen Weg nehmen. Sorry. Eiskalt, kleiner. Eiskalt. Kapitel 3.3 in der Festung. Wenn es so schnell vorangeht, brauchen wir wahrscheinlich nicht mal 20 Parts, oder? Ja, doch. 20 Parts würde ich schon einkalkulieren, weil am Ende wird's ja schwieriger. 20, 30 Parts wahrscheinlich. Also freut euch auf ein schönes Let's Play. So. Nein, 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 Jungs. Jungs, Jungs. Jungs, ruhig Blut. Ruhig. Mit denen kann man sich eben nicht unterhalten. Das ist das, was ich gemeint habe. Mit denen kann man sich nichts unterhalten. Ja, da schlagen wir eben nur noch. Das ist auch kein Problem für mich. Leute. Brr. Ja, wir brauchen noch ein bisschen mehr Sonnensteine. Ein bisschen mehr? Reicht das? Immer noch nicht. Schade, schade Schokolade. Schade Schokolade. Wir können die auch eigentlich ganz ignorieren. Bumm. Nein. Jünger, warum fehlst du? Das ist doch kein Problem für mich. Und für dich hat recht nichts. Bumm, bumm. Alles mitnehmen, was wir sehen? Jetzt aber. Jetzt aber. Du drückst einfach auf den Knopf da vorne und dann passt es. Dann passt es schon. Wir müssen die ja nicht alle killen. Aber die hier hin. Bumm. Okidoki. Och komm, nö. Das ist nicht dein Ernst. Ja gut, die schaffen wir ohne Probleme. Zwei Schläge nur. Zwei Schläge. Das ist aber mild. Das ist richtig mild. Aber bitter im Abgang, oder? Ja. Merken. Knöpfe nicht betätigen. Zumindest nicht, wenn es anders geht. Okay, dann haben wir vorhin auch was verpasst. Ja, schade. Und? Sonnenstein-Batterie-Teil. Deine Sammlung, bloß eins von drei benötigen Teile, um die Sonnenstein-Batterie fertigzustellen. So. Ja, jetzt schauen wir uns das hier mal an. Bumm, bumm, bumm. Bumm, bumm. Die können wir da nix. Und der hier auch nicht. Bumm. So, willst du dich jetzt irgendein Großer in meinen Weg stellen? Oder? Habe ich es dann gleich geschafft? Ich hoffe eher auf das Zweite. Weil eben besser. Weil Baum und so, ne? Ja, schon klar. Ja, okay. Da ist der Große, nachdem ich gefragt habe. Ein Schlag und ich liege. Das freut mich aber. Naja, jetzt haben wir wenigstens wieder die volle Energie. Ist auch, man muss alles positiv sehen. Wirklich. Wenn man alles positiv sieht, dann kann echt nix passieren. Da kann, äh... Da kann einer ein Hund anpissen, ein Vogel auf die Weste kacken. Nix passiert. Man denkt sich alles, oh, wie schön ist die Natur. Habe ich auch neue Erlebnisse erlebt. Ist das nicht genial? Ich meine, wer kann sich von sich behaupten, dass ein Vogel einer auf den Kopf gekackt hat? Das ist eine Seltenheit. Nicht jeder. Nicht jeder kann das von sich behaupten. Also sei lieber stolz drauf. Anstatt sich zu beschweren. Und genau so machen wir das hier jetzt auch. Schön die Relikte einkassiert. Und... Nö, das ist keine Geheimtür. Schade, ich hätte da schon wieder eine gesehen. Wäre irgendwie cool gewesen. Aber da ist eine. Ja, aber die sind schon relativ offensichtlich. Man muss halt bloß... Immer ein offenes Auge haben. Und nicht einfach nur schnurstracks den Weg entlang gehen. Dann schauen wir mal, was hier so geht. Ich wusste doch, dass der böse ist. Aber egal. Die schlagen wir ohne Probleme. Du kannst nix. Was willst du dagegen machen, du? Nix, ne? Weil du nix kannst. Der böse Wicht ist also doch, Victor. Der kleine Schlinge. Wusste ich's doch. Oh, was geht bei dem? Beruhig dich, Junge. Beruhig dich. Mach ich eben so. Das ist ungefähr dasselbe, siehste. Wie gefällt dir das jetzt? Gut, dann schauen wir mal, was hier vor uns liegt. Es ist ein weiter, weiter Weg. Mit vielen Beschwerden auf dem Weg. Ja. So. Komm, das schaffst du noch. Jawohl. Und? Ja, das hat nur... Das hat nur Gesundheit wiederhergestellt. Mehr nicht. Leider. Aber was heißt nur Gesundheit? Gesundheit ist sehr wichtig. Für jeden, Mann. Also. Jetzt wurden wir ein bisschen größer. Das muss man schon lassen. Oh. Ich freu mich schon, wenn wir wieder richtig fett sind. Mindestens so eine halbe Tonne. Jetzt war ich unachtsam. Jetzt war ich echt unachtsam. Da kann man nicht sagen, das war gerade mal ein Fehler. Relik-Leidenschaft. Du hast eine Trophäe erhalten. Was ist der wohl mit den Relik-Leidenschaft? Das Relik-Leidenschaft. Versuchen wir es nochmal. Ja, okay. Der ist ein bisschen overpowered. Findest du nett? Doch. Irgendwie schon, ne? Okidoki. Okidoki. Ok, jetzt weiß ich, wie ich es machen muss. So. Komm, Schlag. Nö. Erster Schlag. Bam. Unzerfetzt. So war es geplant. Genauso und nicht anders. Leute, ihr könnt mir glauben. Genauso war es geplant. Wirklich. Ja, Leute. Es ist ein harter Brocke. Ein harter Brocke. Wobei, so hart war der jetzt wirklich nicht. Ja, ja. Flüchte. Weichei. Weichei. Wer dich eben noch größer sein, kann ich dich eben noch besser plätten. Macht mir nichts. Im Gegenteil. Das freut mich sogar. So, wo willst du denn hin? Ah, da. Da hast du dich verkrochen. In dein Eck. Zuerst mal den da oben weg. Das muss ja echt nicht sein, ne? Ne, das muss nicht sein. Und was machst du jetzt, Weichei? Ah, wieder abhauen. Typische Reaktion. Mal schauen, wo ihn diesmal... Ja, okay. Ein paar Fallen auf dem Weg. Nix dabei. Nur ein paar Basierenmesser haben wir ja nicht. Da kann man sich schnell in den Bart stürzen eigentlich. Cool. Komm, ein paar Relikte noch. Ein paar Relikte. Hier. Gut. Wobei, doch nett. Andere Richtung? Genau, andere Richtung. So. Pfff. Pfff. Ja, okay. Wir machen ein bisschen voreilig, aber egal. Passt schon. Hier haben wir zumindest keinen Treffer ergattert. Nur da vorne. Und Double. Hier haben wir sie. Genau. Wir sind schwer genug. Sonst kommen mir nur die ganz schweren Dinger durch. Und wir sind heute genauso schwer. Also kein Problem. Dann schauen wir mal. Und wir wurden noch größer. Was soll ich jetzt machen? Oh. Kein Problem. Kein Problem für mich, Leute. Kein Problem. Ich mache das selbst. Ja, wenn du's kannst, kleiner. Kleiner Mann. Bum. Kannst du aber leider nicht. Sorry, tut mir echt leid für dich. Verkriegst du dich jetzt wieder? Muss ich dich wieder verfolgen? Oh. Ja, ich meine, wenn du's unbedingt nötig hast. Wenn das wird's. Kein Ding. Oh, wie riesig ich jetzt werden werde. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir so richtig. Oh. Du bist ja riesig. Das bin ich wohl. Los, mir nach. Lass uns die anderen suchen. Jawoll. Bum, bum. Bum. Überwältigende Macht. Kapitel 4.1. Ja, okay. Diese Macht finde ich wirklich schon cool. Da kann man nix gegen sagen. Coole Sache. Räume ich hier einfach alles aus dem Weg. Mir kann nix in die Quere kommen. Richtig nice. Und ich werd sogar noch größer, ey. Genial. Wer will's jetzt mit mir noch aufnehmen? Bitte still. Kommt her. Jetzt kommt schon die Panzer. Ja, ohne Panzer kriegt man ja nichts mehr, ne? Kann ich den werfen? Ja, kann ich. Gut. Ja, ja. Hau ruhig ab. Hau ruhig ab. Weichal. Wir plätten hier einfach alles auf unserem Weg. Uns kann nix mehr stoppen. So, der nächste Panzer. Was willst du denn heute? Ah, du willst wieder deine Bonbons verschießen. Nee, sorry. Ich hab keinen Bock auf Bonbons. Bin gerade auch in einer Diät, ne? Sehr. Ich find das richtig cool, wie man ja einfach durchlaufen kann. Bäm, bäm, fertig. 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 Ist wirklich so. Und wir gedeihen und gedeihen immer weiter. Oh nö, der Panzer, der gefällt mir dann doch wieder nicht Der ist dann doch nur noch mal zu groß für mich Wobei, nehmen wir den einfach mal mit Und schauen uns die Lage mal genauer an Ja Keine Angst, ich komm und rette euch Und, wer kommt denn da? Knock knock, Nick ist da Jetzt würde ich mir schon ziemlich in die Hose machen, wenn ich der wäre Jawohl Jetzt wirst du den großen platt machen Oh, 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 oh Der hat sein Schutzschild, das ist schlimm Und fertig ist er Ach, da kommen noch mehr Oh, das ist aber schade, das ist sehr schade, sehr, sehr schade Das muss man wirklich sagen Nicht Komm mit Ja, hallo Danke Dich nehme ich mit, bin doch mal sicher Danke Bzw. hier Ah, das waren nur ein paar Sonnensteine Hätte ich den doch lieber behalten sollen Na, egal Hier kommt wahrscheinlich eh nichts mehr Oder nichts Großes mehr Ja, nur noch die Und dafür braucht man es wirklich nicht Ich hab mir schon gedacht Wie soll ich mich da jetzt durchpatchen Aber einfache Lösung, ne? Und ich werde immer größer und größer Ey, das macht wirklich richtig fun Also ich kann jedem Spiel vollsten das empfehlen Komm, 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 komm Oh, nö, 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 nö Komm, mach dein Schutzschild weg Danke Schutzschild weg, Schutzschild weg Und schieß dich aus Gut, 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 gut Jo, nehmen wir es mit Hier Was gibt's hier? Nix Okay Dann die andere Seite, mal schauen Hier gibt's Ah, da gibt's was Gut Und wo geht's weiter? Hier und nicht, hier und nicht Da, genau Und besteige den Berg Oder er klimme Je nachdem, wie man es nennt Bam Aber die Rocky Mountains sind hier Scheiß Damit war ich jetzt Darauf war ich jetzt gerade nicht gefasst Hier Aber zum Glück ist das Schildi da Und die haben ja auch nicht Unglaublich viel Munition Kann ich die jetzt plätten? Zur Strafe? Nö, schade Schade Schokolade Aber die kommen später Wetten noch dran Die hab ich auf der Liste Keine Angst Keine Angst Leute Die hab ich schon auf der Liste Bam Hey das macht richtig viel Fun Ohne Scheiß Okay, da unten haben wir ein Geheimnis Das wollen wir dann gleich mal liften Und Kombozählerteil Ich glaub wir verpassen So einige Geheimnisse Also ganz so einfach Scheint es anscheinend Doch nicht zu sein Naja Zu Glück Also wenn ihr jemand Bock auf sammeln habt Ihr könnt es gerne machen Ich werde es jetzt In diesem Part nicht mal In diesem Let's Play nicht machen Weil ich will einfach nur Das Spiel zeigen Weil ich Pan ran hab Und nicht Tausend Stunden so gut Da hat das Lego City da Da suchen wir uns Die ganzen Teile Zu Recht Auch ein gutes Let's Play Zu empfehlen Schaut mal rein Sehr Hey das ist wirklich Das macht einfach nur Fun Uh, die Rocky Mountain schon wieder Ne, 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 ne Neck ist da Danke für die Hilfe Neck Kein Problem man Und dann würde ich sagen Weiter geht's im nächsten Part See you Leute Und Schaltet wieder ein Euer Feuerstache Ciao Ciao